Was das für einen ist, der gar nichts anderes will, als nur ein bisschen dabei sein oder mal still? Ein anderes Gesicht macht in einen Spiegel, weil das anders wäre. Ich habe schon gedacht, wer das auch könnte sein. Es ist ein Coupon in der Zeit, ich war von einem Lebensglück und wer das will, dass das in Loder aufschreiben soll. Ich habe schon gedacht, wer das auch könnte sein. Ich schaue die Fernsehsie durch die Scheibe ein, vor einem Fernsehgeschäft, wie das Bild vergeht. Und er allein vor dem Laden steht, was das für einen ist, der gar nichts anderes will, als nur ein bisschen dabei sein. Der mal ist still, ein anderes Gesicht macht in einen Spiegel, weil das anders wäre. Was sind das für Leute, die an diesem Geländer stehen, die ohne die Autobahnen durchgehen? Ich schaue die Fernsehsie durch die Scheibe ein, als ob das die Lösung des Rätsels wäre. Ich habe schon gedacht, was das für einen ist, der manchmal am Tisch sitzt und nie einen hinschaut, wie wenn ungefähr von dort her käme, was noch nötig wäre. Was das für einen ist, der gar nötig anders will, als nur ein bisschen dabei sein oder mal still. Ein anderes Gesicht macht in einen Spiegel, weil das anders wäre. Weil das anders wäre.